Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir einfach, also keiner von uns hat damit gerechnet und wir sind einfach alle überwältigt von dieser Kamera jetzt und auch, dass ihr uns gevotet habt, also die Jury und wir möchten einfach nur Danke sagen an die Community, die uns immer guckt, jede Woche und auch an alle Leute zu Hause, die natürlich auch, also bei uns im Büro, die daran arbeiten. Es ist echt ein großes Team und die können alle nicht hier sein und ja, und natürlich auch Dank an Funk, die das auch natürlich mitmöglich gemacht haben und wem möchtest du noch danken? Dem NDR. Dem NDR, der das mitmöglich macht, ja. Ich muss aber sagen, weil ich will noch der Community danken, das ist echt die beste Community ever, ja, aber warte mal, die helfen und ihr helft uns sogar beim Recherchieren und das ist richtig wertvoll und wir sagen herzlichen Dank dafür. Ja. Du willst ja auch in der Serie auch noch was sagen. Danke. Ja. Ja. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Hätten wir nicht gerechnet.